Harry's Home, die Hotelkette, ist ein Tiroler Familienbetrieb und mittlerweile in fast allen Bundesländern Österreichs sowie in Deutschland und in der Schweiz bestens vertreten. Mein Name ist Harald Ultsch, auch Harry, deswegen heißt die Hotelgruppe Harry's Home und willkommen in unserem neuen Standort in Telfs bei Innsbruck. Also wir sind eine Hoteliersfamilie in der fünften Generation. Unser Standbetrieb ist der Schwarze Adler, ein Traditionshaus in Innsbruck, denkmalgeschützt und dazu gehört auch noch das Adelsdesignhotel in Innsbruck. 2006 haben wir mit Harry's Home begonnen mit einem neuen Hotelkonzept in Hart bei Graz. Und inzwischen sind wir jetzt schon 13 Hotels in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Unser Harry's Home hier in Telfs ist sehr gut situiert. Wir sind einerseits ganz nah zur Autobahn, wir sind andererseits an allen Zufahrtsstraßen, die es so nach Tirol gibt, am Fernpass gelegen oder auch wenn man über Garmisch von Deutschland hier reinkommt zu uns. Und wir können von hier aus überall hin starten und zwar zu jeder Jahreszeit. Das ist ganz toll. Du kannst hier Skifahren, du kannst hier Biken, du kannst hier Wandern, du kannst hier Motorrad fahren, du kannst hier deine ganze Familie mitbringen, weil wir haben neben uns gleich ein öffentliches Freibad, das auch im Winter geöffnet ist. Wir haben ein Kletterzentrum, wir haben eine ganzjährige Eislaufhalle hier bei uns. Also wir sprechen hier wahnsinnig viele Gruppen an, die sich hier bei uns einfinden und an dieser Stelle sitzen wir einfach genau richtig, weil es eigentlich mitten im Ort ist und dennoch gleich mal an den Ausfallstraßen. Coming Home. Ein Hotelzimmer kann so viel mehr als einfach nur ein Ort zum Übernachten sein. Da Bedürfnisse unterschiedlich sind, kann bei Harry's Home jeder selbst gestalten, wie sein Aufenthalt sein soll. Harry's Home bietet dem Gast das, was er zu dem jeweiligen Reisezweck braucht. Das heißt, wir verfügen über ein Baukassensystem, daran kann er wählen, ob an Zimmergrößen, Zimereinrichtungen beziehungsweise auch an Dienstleistungen und im Endeffekt zahlt er dann auch nur das, was er wirklich braucht. Bei Harry's Home ist es eigentlich jetzt das Besondere, dass das Hotel in den Hintergrund geht und der Gast das Wichtigste ist. Das Hotel geht rund um die Bedürfnisse des Gastes. Das heißt, ich als Gast entscheide, was ich auch zahle. Was ich haben möchte, möchte ich ein Zimmer mit Küche, möchte ich ein großes Frühstück, kleines Frühstück. Der Gast muss einfach das Gefühl haben, so, das Harry's Home umfasst mich, umwärmt mich und ich fühle mich einfach wohl. Gehe am Abend in die Bar, es gibt diesen Harry's Gin, es gibt tolle Getränke, die Mitarbeiter sind besonders freundlich, das hören wir andauernd. Wir haben natürlich jetzt als erste Hotelgruppe in ganz Österreich alle Betriebe unter dem Ecolabel jetzt, dass sie diese Auszeichnung bekommen, die Umweltauszeichnung und jetzt noch zusätzlich die europäische. Also ich kann 2,50 Meter sein, so stolz bin ich und freut mich einfach. Das ist einfach das Ergebnis der vielen Arbeit und des Einsatzes und eigentlich unserer Lebensphilosophie. Mehr Infos unter harris-home.com